Servus zusammen, es ist Freitagmorgen und in diesem kleinen Clip geht es um die Bayer. Da wurde ich gebeten, doch nochmal was zu sagen und ich habe ja auch am Mittwoch letzte Woche was gesagt dazu. Was ihr hier vor euch seht, ist der Chart per Freitag, dem, also heute vor einer Woche, was war das? Das ist der 17.11. Ich möchte nochmal erklären, warum ich seinerzeit positiv war für Bayer. Wie gesagt, das ist der Freitagabend. Die Freunde haben hier alles richtig gemacht. Am Mittwoch habe ich gesagt, hier schaut doch mal drauf, das wird ganz interessant. Jetzt sind sie einmal noch kurz runter. Ich habe diesen Trend hier, auf den kommen wir gleich nochmal, auch als positiv erachtet. Wir waren außerhalb des Bandes, wir sind wieder rein und am Freitag war die Bayer einer der zwei besten Werten im DAX und im Euro-Stocks und schließen sogar über der 20-Tage-Linie. Positiv über das MACD her, positiv über die Stochastik her. Und dann habe ich gesagt, ich habe bereits Stücke, aber das eigentliche Signal kommt bei mir, man sieht es hier, bei 42,60, wenn wir hier drüber gehen. Ich hatte selbst ungefähr 25% der Position dessen, was ich haben will. Den Rest wollte ich hier drüber zumachen. Das ist also schon mehr als Schnüffelstücke. Ich mache meistens Optionen und ich hatte 37 Optionen, KOs und Open End, ich glaube 37,03 war das. So, dann kommt die Nachricht am Sonntag, dass sie wieder irgendeinen Law Court Fall da in Amerika verloren haben. Und das nehme ich zur Kenntnis, aber da gebe ich nicht so viel drauf. Wenn die da mal auf, was weiß ich, 200 Millionen verklagt werden oder verdonnert werden, gibt es einen Einspruch und dann einigen sie sich auf 2 Millionen oder 5 Millionen. Das ist typisch für Amerika. Aber dann kam am Montag sehr früh Asundexian. Asundexian war ein großer Hoffnungsträger von Bayer. Bei Bayer läuft das Mittel Xarelto, das Patent aus. Xarelto kennt wahrscheinlich jeder, der irgendwann mal eine Thrombose hatte. Und das läuft aus und die brauchen Nachfolger. Und dieses Mittel war in der dritten Stage, wie sagt man da, Stufe. Und die haben es zurückgezogen. Und allein schon in die dritte Stufe zu kommen, das kostet richtig Geld. Das sind dreistellige Millionenbeträge. Und das mussten sie erstmal rausnehmen, weil es nicht so gewirkt hat, wie sie wollten. Und das ist das eigentliche Problem neben Energiekosten. Und dann kam das am Montag. Dieser Freund hier. Und jetzt nach einer Woche sind wir hier. Was mich besonders geärgert hatte, ich hatte also wie gesagt 37,03er Scheine oder Zertifikate. Und der Emittent hat die noch nicht mal mehr aufgemacht. Die Aktie kam rein mit 38,54 auf Xetra kam rein. Der hat die gar nicht mehr aufgemacht. Ich hatte keine Chance, diese Scheine irgendwie auch nur mit 10 oder 20 Cent zu verkaufen. Ich habe die hier in diesem Bereich gekauft. Da war der Schein um die 33 und eben an diesem Freitag am 17. Abend war das Ding um die 44, 44 zu 45 Cent lag schon 11 Cent vorne oder 30 Prozent. Ich habe sie trotzdem nicht gegeben, weil vor dem Hintergrund von diesen ganzen Techniken hier, das sah gut aus bei mir. Das sah absolut in Ordnung aus. Ich hätte die Empfehlung beziehungsweise die Analyse in keiner Weise anders gemacht. So Dinger hier, da steckt man nicht drinnen. Jetzt sind sie erstmal hier unten, aber bevor ich jetzt nochmal hier drauf eingehe. Ihr seht das zum Beispiel bei so Werten wie Siemens Energy. Dann knallt die, wenn da irgendwas kommt, knallt die momentan gnadenlos runter. Oder wir haben hier Morphosis. Genau das Gleiche. Das ist jetzt von dieser Woche irgendwann hier. Manchmal weiß man, dass Daten kommen. Das hatten wir zum Beispiel bei SAP. Wo ist ein SAP? Hier. Das war 2020. Damit fing das eigentlich immer so an, dass das Mode ist auch mal ein Wert. Seit es ein DAX wird, auch mal 20 Prozent nach unten zu prügeln oder 15 Prozent nach oben. Da kamen Zahlen. Die Zahlen wurden nicht als besonders positiv beachtet und zack, knallt die SAP. Größte deutsche Firma, knallt es oder teuerste deutsche Firma, knallt sie auf einmal runter. Dann hatten wir aber noch so ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel jetzt hier HelloFresh. Das ist auch mal von 21 runter auf 16. Das ist Mode. Das hängt auch damit zusammen, dass es sehr viele Derivate gibt. Hier haben wir TeamViewer. Das ist auch so eine Geschichte. Also das ist gang und gäbe. Damit muss man leider leben. Was mich immer wieder dazu zu bringen, ich habe lieber einen Schein. Ich habe bei Bayer, jetzt sind wir wieder bei Bayer, bis 37 runter verloren. Das hat mich ziemlich angenervt, vor allen Dingen das Nicht-mehr-Öffnen von den Scheinen. Aber ich bin froh, dass ich keine Aktie hatte. Dann hätte es nämlich mal durchaus nochmal 5 Euro mehr gekostet. Und das will ich ja nicht. Aber da blickt man nicht. Ich kann da nichts für. Das steht nicht im Chart. Ich mache die Analysen nach bestem Wissen und Gewissen und das sah richtig gut aus. Jetzt gehen wir mal ganz kurz, dass wir die Bayer mal fertig haben. Gehen wir mal ganz kurz auf den langen Chart. Das ist dieser Trendkanal, den ich schon ewig eingezeichnet habe. Und wir sind da wieder drauf. Auch das hat mich positiv gestimmt. Wir hatten hier einen Doppelboden um die 39 rum. Den haben wir direkt pulverisiert. Und jetzt muss ich einfach mal schauen, wo sind denn überhaupt die Bayer damals gewesen? Hier waren wir am Tiefskurs am 05.09.2011. War bei 34,64. Ja, und jetzt handeln wir sogar schon. Hier sind wir auch schon drunter gewesen. Das ist das von 2009. Das heißt, wir sind jetzt hier auf einem Niveau von 2006. Das sind 17 Jahre Slow. Das ist schon heftig. Die Analysten haben nach Bekanntgabe von dem Asodexion oder der Herausnahme von Asodexion gar nicht so viel reagiert. Das Einzige, was ich gesehen habe. Aber da kann ich, weil da war nämlich viel in letzter Zeit, dass auch das eine oder andere nicht gesehen haben. Bei Barclays habe ich gesehen, die haben sie von 47 runtergenommen auf 40. Jefferies, wie sie alle heißen. Die sind gleich geblieben. Die sind so zwischen 50 und 60. Jefferies weiß ich, weil ich es gelesen habe. Die waren bei oder sind bei 60. Die machen da nichts. Ich halte Beyer, ich möchte nicht sagen, nicht für günstig, aber auf jeden Fall günstiger, als sie hier oben waren. Die haben sie seit dem 17.04. dann auch nochmal hier quasi halbiert. Ich habe jetzt auch Aktien gekauft, zwischen 32,80 und 33,20. Aber die buche ich auf mein Long-Term-Konto. Da werde ich auch jeden Euro nach unten mir noch Kleinigkeiten dazukaufen. Ich werde es aber momentan nicht entscheidend machen. Gerade heute mit dem Verfalltermin, das kann nochmal die ein oder andere Überraschung geben, weil damit hat wirklich keiner gerechnet, dass die jetzt also innerhalb von wenigen Wochen oder war der letzte Verfalltermin, der war hier, da waren sie bei 42,60, dass die dann auf einmal runtergehen auf 32,50 war der Tiefkurs. Also nochmal, die Bewegungen an den Börsen sind nie einfach. Also diese Kombination der Wörter Börse und einfach, das gibt es bei mir nicht. Die sind nie einfach und manchmal kommt es zu Überraschungen und das war in diesem Fall eine ziemlich negative. Die hat mich auch erwischt, aber eine Position darf nie so groß sein, dass sie nennenswert wehtut. Und wenn ihr euch da noch ein bisschen weiterbilden wollt, ich habe unter den YouTube-Filmen einen Link reingestellt, da kommt ihr hier zu den Brüdern. Ich arbeite mit den Brüdern gern zusammen, wir verstehen uns hervorragend und da gibt es zum Beispiel hier das Know-how. Das ist wie eine Art Bibliothek. Da ist also Grundwissen, Fehlerquellen, Analyse, Training, Trading-Technik. Verschiedene Märkte werden da besprochen. Die bieten das, wenn ihr auf diesen Link klickt, die bieten das an bis zum 31. Januar, das habe ich mit denen besprochen, dass ihr da umsonst Zugriff habt. Da könnt ihr euch das alles hier anschauen, mentale Aspekte wie auch immer. Die haben hier auch Depots drin, die machen Webinare, die machen Videos, die machen aktuelle Analysen. Und wem mein Zeug nicht reicht oder sagt, na gut, ist ja nett, dass der sagt, es geht hoch, aber was sagen denn die? Dann guckt da einfach rein. Schaut euch das an. Es kann nicht schaden. Es ist umsonst bis zum 31.01. Und da werdet ihr auch nicht zugemüllt später mit, komm doch jetzt hierher und sei bei uns oder so. Das ist, glaube ich, nicht deren Art. Aber schaut euch das an, da habt ihr wenigstens eine zweite Meinung. Also es tut mir wirklich leid, dass das nicht in Bayer geklappt hat. Aber nochmal, ich bin mir da keiner Schuld bewusst, ich hätte die heute vor dem Hintergrund von diesem Chart hier, ich gehe jetzt nochmal auf den Tag, hätte ich die nicht eindeutig anders analysiert. Das sah für mich ziemlich gut aus. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.